Stockpiling gear, it's yours, if you can pay for it. What are you doing here? I don't know. I can't remember. You won't get far without me. Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir haben jetzt endlich einen Dietrich bekommen und jetzt geht's auch mal weiter hier mit der normalen Mission. Dann einmal hier weiter im Text, zack. Hoch, rüber, wieder rüber. Jipf. Ich bin ja mal gespannt, wann wir die Seilpfeile bekommen. Wird bestimmt auch nicht mehr so lange dauern. Was ist damit? Noch nix wahrscheinlich. Erstmal hoch mit uns. So, direkt erstmal noch ein bisschen Holz geholt. Hier liegt ein Hammer. Hier liegt noch Zeug. Also ich bin mal gespannt, wann wir endlich irgendwo hinkommen, wo es wärmer ist. Das wäre so ein Träumchen jetzt gerade. Dass Lara einfach nicht mehr so frieren muss. Hier, den können wir doch bestimmt übersetzen. Okay. Ja, jetzt haben wir Münzverstöcke entdeckt. Na wunderbar. Ich kann euch die ja mal auf der Karte zeigen hier. Also wir könnten jetzt wieder hier alles noch holen, wie ich es in dem letzten Gebiet gemacht habe. Würden wir natürlich ganz gut an Erfahrung noch bekommen. Oh, aber ich würde es jetzt erstmal lassen. Das sind doch bestimmt keine Freunde. Hm, vielleicht doch. Okay. Ist relativ egal, wo ich rumgehe. Die ganze Zeit musste ich jetzt aufpassen, äh, nicht aufpassen, dass mich hier keiner sieht. Und jetzt sind ja wieder solche Deppen. Aber macht nix. Das macht es doch erst spannend. So, hier kommen wir nicht drüber. Hier ist Zoo. So, grundsätzlich muss ich die bestimmt platt machen, oder? Wo muss ich hin? Movement? Gar nicht. Gar nicht wahr. Aber ihr könnt ja ruhig mal absuchen. Hier ist auch nichts, womit ich die ablenken könnte. Das ist schon ein bisschen... ein bisschen gemein. Ja. Oh. Mh-hm, nochmal. Komm. Okay, den machen wir so platt. Zack. Das war zum Glück der letzte. Sonst wäre das etwas schwieriger geworden, denke ich. Hier ist noch ein Lager. Ja, perfekt. Schauen wir einfach mal kurz hin. Wir haben ja eigentlich grundsätzlich erst aufgewertet, aber schaut euch das mal an. Was? Upgrades. Die Pistole schon wieder. Mondschatten haben wir ja jetzt. Und erst mal das, das ist noch am schlechtesten. Dann haben wir hier noch Bergungsgut. Super. Da haben wir wieder so eine Feder gefunden. Ja, hier die Dinger können wir... Ach, Breitblatt-Kletterpfeile. Ach, da können wir hochklettern. Cool. Ne, die finden wir bestimmt auch noch irgendwie. So oder so. Ja, jetzt erst mal hier rein. Vorratsschuppen. Okay, cool. Was genau ist das? Das hätte ich gern. Schalt einfach. Yeah. Perfekt. Ja, okay. Das ist halt einfach nur so ein Händler, ne? Aber... Wenigstens wissen wir, wofür wir die Münzen sammeln. Es ist nicht nukes. Wundervoll. So, lasst mal hochgehen. Ja, die sieht noch so viel. Ich sehe auch noch so viel. Ich kann mich natürlich jetzt auch hier noch aufhalten und hier alles machen. Aber ich kann es auch einfach machen, wenn ich die Ausrüstung habe, um wirklich dann alles zu holen, oder? Wie ist da eure Meinung dazu? Lieber jetzt schon mal alles, was wir können suchen, oder dann, wenn wir die Ausrüstung haben? Ja, das ist nicht so viel. Ja, das ist nicht so viel. Wir haben Probleme mit den Natives. Unsere kommunikationen waren offline, aber alles ist jetzt unter Kontrolle. Aber alles ist jetzt unter Kontrolle. Ich kann mich jetzt nicht mehr zurückkommen. Wenn die Situation becomes untenable, wir werden stecken in. Wir werden stecken in. Es wird nicht. Du hast mich für einen Grund. Ich habe mich für einen Grund. Ich habe mich für einen Grund. Ich war für das. Ich war für das. Ich werde für das. Ich will succeed. Hey! Oh! Oh! Oh, no! Guten Morgen, Lara! Aufstehen! Schule! Oh, nein! Ich bin sehr entspannt. Ich glaube nicht, dass sie nach dir kommen. Das ist alles meine Schuld. Wer? Wer sind sie? Was wollen sie? Was wollen sie? Was wollen sie? Das ist das, was mein Vater war. Oh, nein, Lara. Ich habe dir gesagt, das nicht zu tun. Alles, was sie wollen. Gib sie es ihnen. Es ist nicht so einfach. Just hold on. I'll get it out of here. Und wie? Ach, der ist ein Hitman mit Klavierseite. Ich habe ihn meinen, große Vorteile nicht nur. Ich habe ihn nicht gesagt, darf ich. Nein, du blöchst! Wo ist das Heilige Wege? Wie ist das Heilige Geheim? Bitte? Gehen, nicht ab. Ich warte, ich weiß nicht wo ist. Es geht! coat es. Sag ich doch! Die sah zu gut aus dafür. Ich kann mir das nicht glauben. Du, du... Du bist... Du kannst es nicht weg, kannst du? Ich weiß, dass du dein Weg dann in diesem Ort finden kannst. Was hast du gesagt? Es muss nicht so sein, wir suchen das gleiche. Wir können jemanden wie du. Du willst ein Ziel in deinem Leben? Wir können das ermöglichen. Du musst dich schreien. Ich habe gesehen, wie Trinity arbeitet! Ist das ein Nein? Das ist ein Nein-fach-fach-fach-fach! Sag mir, Anna, warst du von Trinity ab und nachdem du angefangen hast, mein Vater? Ich lief, Richard. Aber er war blind mit dem Idealismus, und er hat ihn verletzt. Was würdest du mit dem Artifakt machen? Show es dem Welt. Redeem dein Vater's guter Name. Du bist immer so naheim. Nur eine fröhliche kleine Mädchen, versucht zu gehen in ihrem Vater's shoes. Was? 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 Wir sind hier. Nein. Nicht noch. Noch nicht. Du und ich... Wir können noch immer auf der anderen Seite sein. 'llg. Und jetzt? Was passiert denn jetzt? Oh, da ist noch jemand. Oh, da ist noch jemand. Oh, da ist noch jemand. Aber hier sind wir. Also, was soll ich nennen? Nichts. Ich werde nicht bleiben. Nichts. Konstantin hat wenig patience. Nor do I. So, ich sehe. Nice trick. Kannst du uns raus? Was steht? Warum bist du hier? Sorry. Ich fühle mich nicht besonders vertraut. Du wirst nicht weit ohne mich. Du wirst nicht wissen, wie weit ich gekommen bin. Ach, jetzt sei doch einfach mal nett. Sie glauben sich, dass sie das Werk von Gott machen. Von dem, was ich gesehen habe, sind sie ziemlich weit von Heilig. Cool. Jetzt haben wir schon mal ne Brechtstange. Ich mach hier Platz. Das hört keiner, ne? Okay, gehen wir in ne andere Zelle. Klang, als hätte es weh getan. Ich möchte meine Ausrüstung. Ist ein anderer Bogen, oder? Ach, jetzt habe ich Seilpfeiler. So, wie es aussieht. Recurve Bogen. Und ein Seil. Okay, keine Seilpfeiler, aber ein Seil. Okay. Dann quetsch dich mal wieder durch, Lara. Okay. Bestimmt. So, und jetzt will ich meine Ausrüstung. extra einen Schalldämpfer gekauft. Ach komm, nimm ihn einfach mit. Ich bin ein Fossliner. Ich habe keine Wahrheit über das. Vielleicht kann ich dir etwas mehr wertvolles offeren. Ich weiß, was du alles nachher bist. Ha. Das hier noch keiner gekommen ist? Danke. Ich bin Jacob. Lara. Team Jacob. Du hast deine Pistole noch nicht, Lara. Ja. Ja, bestimmt. Warte doch mal kurz. Ja, ja. Was ist da jetzt echt schon raus? Hier ist doch noch Zeug. Ich weiß, es ist zwar nicht die Zeit zu suchen, aber... Ich weiß, es ist zwar nicht die Zeit zu suchen, aber... Ach. Habe ich ihm meinen Namen gesagt? Ja. Stimmt. Er hat es nicht vorgestellt, ich habe mich vorgestellt. Was ist das? Dich... Auch das war nicht genug. Sie haben uns nachher geholfen. Die Kinder von ihren Müttern aus der Kinder, um zu arbeiten als Südlager zu arbeiten. Das sieht nicht so aus, wie ein Gemüse. Es sieht so aus wie eine Ausflug. Es ist so aus... Es ist so aus. Was hast sie gefunden? Es wird von ihnen gefragt. Wir müssen gehen. Wir sind hier nicht sicher. Ah, okay. Nein, nicht da. Hier. Drück mal hier. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Habe ich meinen Dietrich wieder? Ah, aber meine Kletterer ist okay. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.